Hey René, hey Reeve, wir sind trotzdem Freunde, aber trotzdem musst du jetzt den Battle beenden. Trotzdem musst du mal leiden kurz, oder? Ja ey, fang an, du bist älter. René Elkers Reihe, oh Text vergessen, ich bin jetzt an der Reihe. Immer das gleiche Geleier, wie gesagt du bist ein Freier. Und wenn ich komm, dann bin ich noch viel freier. Return of the Wack, nein es ist nicht Mark Morrison, es ist der Spex. Und aus diesem Grund kriegt der Backpfeife, weil ich dich wie mein Floholz schweife. Leck mich am A, B, leck mich nochmal am C, du bist wie Tic Tac Blowjob und du bist gleich passé. Jetzt spiel ich mit der Mutter zu Haus noch Makramee, wenn ich diesen kleinen Bastard daneben mir seh. Was willst du denn du mit deinen Kokain-Skills? Geh mal auf die Erde und riech an meinem Fußpilz. Da kippst du um, denn ich bin wie die Anti-Sex-Epidemie. Oh Mann, verpiss dich! Jetzt bist du wieder weg. Da rappst du mit dem Fanta 4 und rappst dein gleicher Dreck. Dann bist du zuerst Renévolution, dann bist du Renaissance. Du siehst aus wie ein Franzose aus der Provence. Und du siehst aus wie ein asozialer kleiner Rattenfrosch mit dem Geschwür auf dem Bücken. Du weißt genau, ich spritz dir Flows auf dem Rücken. Und ich werd dann mein Zimmer mit deinen Eiern schrecken. Wer hat keine Kohle, nicht mal ne Mark für ne Packung Persil. Wer wäscht zu Hause, der schickt seine Mutter nen Brief. Wo er schreit, Mutter fühl mich so allein in Köln. Hey, ich mein, komm mal klar, du kleiner Pimmelmann. Ich hab nen Vorschlag, da ruf ich einfach deine Mutti an. Die kommt da bei mir vorbei, dann zeig ich ihr, was ich kann. Maro Man, mit Casablanca mäßig werd ich sie richtig bücken. Und sie von hinten bestücken. Hey, klar kannst du meine Mutter anrufen. Hast da auch mal endlich eine. Bist du ja adoptiv aus dem Reagenzglas. Und darum bist du nur Fake. Alles klar, das war Speck zum vierten Take.